Die neuen Antonius-Dienstage, zweiter Dienstag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die neuen Antonius-Dienstage ist ein inständiges Gebet an neun hintereinanderfolgenden Dienstagen, um die Fürbitte des heiligen Antonius vom Padua zu erlangen. Zweiter Dienstag, heiliger Antonius, der du aus Liebe zu Christus ein armer Jünger des heiligen Franziskus geworden bist. Um dein Leben für den Glauben zum Opfer zu bringen, lehre uns durch dein Beispiel und hilf uns durch deine Fürbitte, dass wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus ganzem Herzen lieben und seinetwegen die täglichen Opfer gering achten. Vater unser, der du bist, im Himmel geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich, unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich, unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich, unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich, unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Antonius vom Padua, bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns. Du zierde deines Ordens, bitte für uns. Du Säule der Kirche, bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns. Du Lilie unversehrter Reinheit, bitte für uns. Du Liebhaber der Armut, bitte für uns. Du Muster der Demut, bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Lehrer der Jugend, bitte für uns. Du Apostolischer Prediger, bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Du Tröster der Betrübten, bitte für uns. Du Bode des Friedens, bitte für uns. Du Erwecker der Toten, bitte für uns. Du Helfer der Notleitenden, bitte für uns. Erlöser der Gefangenen, bitte für uns. Du Widerbringer verlorener Dinge, bitte für uns. Du Mächtiger Fürbitter, bitte für uns. Du großer Wundertäter, bitte für uns. Du liebevoller Schutzpatron, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, O Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, O Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich, unser. Bitte für uns, O Heiliger Antonius. Dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten. Wir bitten dich, O Herr. Lasse uns durch die Verdienste und fürbitte des Heiligen Antonius. Deines glorreichen Bekenners in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und der eins mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Segen des heiligen Antonius, seht das Kreuz des Herrn. Flieht ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat der Löwe aus Judah. Aus dem Stamme David. Alleluia. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlied. Und allen deinen Segen gib. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020